Musik Es ist so schön leise. Ja, meine Damen und Herren, zu Recht, denn es soll noch ein bisschen was erzählt werden über diese Formation. Das ist also, das sind die Temptations von den Cheerleadern TUSFÜVK 93. Und ich habe vorwiegend ein paar Informationen mir besorgt und geben lassen. Und ich frage mal, ist denn der Björn Lopmeier auch dabei? Ist er dabei, euer Vorsitzender? Nein? Okay, hätte er sein können. Auf jeden Fall ist man stolz über jedes Jahr über den Zuwachs im Verein und speziell natürlich bei den Cheerleadern. Und aktuell wird übrigens getrainiert für die kommende Landesmeisterschaft, die im November in Hamburg stattfindet. Und da wollen sie die Matte rocken. Und heute sind sie halt mit den Cheerleads in Temptations hier. Sie zeigen ihr fantastisches Könnt mit Pyramiden und weiteren spannenden Elementen. Ja, und meine Damen und Herren, ich würde sagen, jetzt wollen wir sie auch... Ja, jetzt ist die Frage, tanzen? Sehen wir euch ja nicht, ne? Nein? Lassen Sie sich überraschen. Wer es noch nicht gesehen hat, wird jetzt davon überzeugt werden, dass es einfach toll ist. Meine Damen und Herren, einen Applaus! 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 Das war's für heute. I wanna celebrate it, oh yeah Oh, I wanna stop the dancing One more time I wanna celebrate it, oh yeah Oh, I wanna stop the dancing One more time I wanna celebrate it, oh yeah One more time One more time I wanna celebrate it, oh yeah Oh, I wanna stop the dancing One more time I wanna celebrate it, oh yeah I wanna celebrate it, oh yeah One more time Oh, yeah One more time One more time Two, one, two, three, three, four, let's go Here we go Just getting up Just getting up Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018